So, dann wird das zweite Edit von Fox Cosplay und sie cosplayt Ziri von The Witcher und wir stellen sie natürlich erstmal wieder frei. Wir versuchen jetzt erstmal die ganzen Leute da wegzumachen, dass wir da ein schönes, cleanes Hintergrundbild haben. Wir machen es eh blurry, von daher muss es nicht 100% perfekt sein, aber dass man es halt nicht direkt erkennt. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das Ganze so mit Cherry Blossoms mache, bin dann aber doch umgestiegen auf eine richtig geile Burg, Anlage. Das hat perfekt von der Perspektive gepasst. Ja, guckt es einfach mal selber an, das fand ich wesentlich besser als die Cherry Blossoms dann im Hintergrund. Dann machen wir dann noch richtig geile Partikel rein und ein schönes Overlay. Und als letztes natürlich noch das Dodger Burn. Jo, also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Was findet ihr? Bleibt es in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao und tschüss.